Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer heutigen Folge Minecraft MegaCraft Ja, ähm, wir haben uns jetzt auf Sidien letztendlich doch gescheat, aber ist ja nichts Schlimmes So, herzlich willkommen, ja, ich hab drei Minuten zu spät eingeleitet So, und ich muss mein Grundstück hier hinten noch ein bisschen höher machen, aber kann ich ja nachher machen Nico? Ja? Hast du Erde? Ich guck Ja Wie viel? Ist im Startsystem Danke Scheiße, das wird automatisch rausgezogen Siehst du, ist alles automatisch raus? Nein, das war ein Scherz Außer Shards nicht, also Shards und Kohle Aber Shards sind ja theoretisch für mich Wow Ach, und, äh, weißt du, ich hab ne Idee, wie man das mit der Query macht Äh, die zuckt alle ab Hä, ich hab ne Idee, wie wir das mit der Query machen Ich hab... Ich geh zum Abschied anholen Äh, wo ist der Zombie? Äh, ich mach jetzt erstmal Tag, ich hab... Oh, Cheater Ähm, Nico? Ja? Ich hab das nur gemacht, damit mein Haushilfen gesichert ist eben Ähm, guck mal, wie sieht denn mein Haus aus? Keine Ahnung, bin ich da Also hier kommen wahrscheinlich noch Papa Sohn-Alp-en Schreibst du den mal eben auf Facebook? Wie? Warte Ich mach das mal eben Und dazu gibt's noch schöne Musik Und Grüner etwas Warte, ich tu mal im Kopf herab Oh man So Ja, Facebook klappt nicht Ist grad zu cool dafür Scheiß, ich hab grad... Er hat die Aufnahme, glaub ich, abgebrochen, oder? Ne, doch nicht Also, ähm, ich muss mal in meine Sugarrohr-Plantage umlegen Sugarrohr? Ja, die soll ja direkt hier vorn hin Aber dann so zweiseitig Das heißt, ein Eimer und dann brauche ich nur noch Erde Nico? Du musst erstmal Swimming Nico? Ja Ähm, ich darf hier vorne terraformen, theoretisch Und ich hab Koppa gefunden, direkt vor der Stadt Weiß, wie scheiße das ist mit der Höhle Und... Das ist nicht aufsammeln Ich mach mal eben die Vieh runter Ich will mal eben... Nämlich was gucken Ich weiß, ob ich es nicht einsammeln darf Ich hab Shards gefunden Und... Unter der Stadt Ich darf sie nicht holen Ist mir egal Komm, Shards Shards fällt nicht auf Shards werden... Mann, du bist doch scheiße Ich schaue gar nichts ab Hä? Obei Ich meine jetzt unterirdisch Ich hätte... Darf man es nur nicht machen Äh, wenn man jetzt nicht unbedingt Admin ist Und weiß Also, wenn du mich fragst, wo Und mir sagst, wo Dann darfst du das theoretisch auch Weil ich sag dir dann, ja, da ist ein Grundstück Oder nö, da ist kein Grundstück So meine ich das jetzt Ist doch klar, dass du das nicht da abbauen darf So ein Grundstück ist Und nicht wundern, ich baue mal eben hier ein bisschen Erde ab Aber das fällt nicht auf Man sieht eigentlich kaum, dass ich hier Erde abgebaut habe Nur, dass sie nachher nicht mehr natürlich aussieht Ja doch Eben schon, deswegen habe ich sie abgebaut Dias Aber die sind leider unterirdisch Darf ich nicht abbauen Nico, ich habe jetzt erst auf Dias gefunden Aber die sind unterirdisch Darf ich nicht abbauen Geil Ach scheiße, ihr seht ja gar nichts Ist mir gerade mal so eingefallen Ähm, aber ja, die Dias darf ich ja nicht abbauen Ist schade Ich habe Saphira Leute, ich habe es glaube ich mal anderes so ein Ding gefunden So Saphira darf ich auch noch so abbauen Weil es hier jetzt einfach wie in der untersten Ecke Fällt schon gar nicht mehr auf Oh so Soll hat immer was geweckt Noch mehr Saphira und Lava Ey, ich baue Obsidian Scheiße, TNT, TNT Wo? Scheiße Ähm Warte Nico, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Cool Von wem bist du explodiert? So, ich bin Ich bin nicht in die Luft geflogen Was kann ich mit einem Obsidian-Teil alles machen? Habe ich dir schon gedacht, dass ich nicht in die Luft geflogen bin Sondern das gerade nur gesagt habe? So Kurze Sache Guck mal was vor dem Vor dem Ding steht Server Eben Das habe ich gerade über die Konsole geschrieben Wäre ein bisschen auffällig, hätte ich das jetzt über meine Konsole geschrieben, oder? Ja Deswegen habe ich das eben über die Konsole geschrieben Aber komm, du hast es doch auch geglaubt Nein Könntest du mir Erde mitbringen? Vielleicht Bitte, Nico, sonst kann ich uns halt Ich habe keine Schaufel Crafted ja eine Ich bin hier in der Welt Sondern das soll wie mega prägt machen Bau die Erde unter dem Hof ab Nee, ich muss ja vor meinem Hof hier auch noch eben machen So Also das soll hier nämlich, das Ganze soll hier auch nochmal ein bisschen tiefer gelegt werden Deswegen Scheiße Ich habe gleich genug Obsidian Ich baue das Teil an meinem Hof Nico Ich habe das schon Obsidian Hast du Ja Trotzdem Da habe ich mir mein eigenes Nico, weißt du warum wir das nutzen sollen? Jeder kriegt doch nachher einen Quarry Platz Und dazu wird es dann noch einen schönen Teleporter geben Und deswegen lohnt sich das doch noch nicht Dann würde ich das lieber vom Hauptsystem nehmen Also von uns Und dann lieber kein eigenes machen Ich habe jetzt trotzdem ein eigenes Obsidian Ja, das brauchst du aber für genug Sachen, deswegen Ich empfehle es dir ja nur Was soll ich? Ich kann mir mein ganzes Zeug jetzt bauen, was ich bauen wollte Also, dann würde ich sagen, wie lange machen wir? Sechs Stunden? Minuten Ähm, aber guckst du gleich mal bei mir vorbei Und sagst du mir, wie das aussieht? Ja, ich muss nach Stadt laufen Schade, dass nicht eine magische, mystische Kraft mich teleportieren kann Auf magische Art und Weise Ich betone, auf magische Art und Weise Ähm, Server-Teleport Nö, kein Bock Das selber haben wir eh nicht Ja, es sich selber teleportiert mir überall hin Ey, warte Schreib das mal im Chat Was? Dass du tippet werden willst Warte Ähm Niko, sag bitte Was? Sag bitte Ich bin eh es von einem Start Muss ich die Tür Lass es lieber Ich baue mir jetzt meine Portal Wenn doch keiner jemand eine hat Kann ich meine eigene bauen Äh, du musst mit Oh Hä, nein darfst du noch nicht Du musst erst mit mir das absprechen Welche du bauen darfst Darf ich mir die Atlas bauen Welche ist? Atlas Blau Warte Port Also ich brauche Light Blue Indigo Blau Äh, welche jetzt Default? Indigo Blau Hallo Default? Kann ich die Default bauen? Ah ne, warte, Atlas mein Du meinst die Atlas Warte mal, ich muss mal gucken, wozu ich Farbe bekommen kann Äh, du musst ja so oder so die Default machen Du Depp Und dafür brauchst du, äh, Dias Miniatur Hole Netherstar brauchst du dafür Warte, nicht Obsidian? Ja, und normale Portal Dich aus Obsidian und Eisen und der Und das mittlere Ding? Warte mal Dafür brauchst du den Netherstar und Enderpill das Das ist sogar was Und zufällig brauchst du für Enderpill das N, äh, Messe-Ratter Echt denn? Äh, eine Frage Hast du Flinten-Stil? Ja Messe-Ratter musst du erstmal in der Stadt stellen Damit das jeder benutzen kann Äh, könntest du mal eben Flint in, 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 der Haupt-ME-System tun? Oh, Flint, Flint, Flint Ich hab nämlich leider kein Flint Weil ich brauch nämlich einen Flinten-Stil, um mein Dings zu, danke Demas Fabrikator Äh, Demas Demas Fabrikator darfst du nicht Hä? Äh, achso, ich hab gedacht, ich hätte Hä, wie heißt es halt zum Ding, sie Intro-Beats Online, genau Du brauchst einen, äh, Messe-Ratter So, und halt Aber guck mal, wie sieht man Haus aus? So für erste Folge Bin zu dumm zum Schreiben Wissen wir doch alle So, ich fahr mal eben und du bekommst noch 13 Saplings Das ist einfach M-E-R-A-N-M-E Ach, guck mal um mich rum Guck, guck mal bei mir bitte Äh, ey, guck mal, warte Hacker Ja, komm Das ist OP, was ich brauche Jetzt ernsthaft So, Nico Komm mal her Warte Hier Drei Scheiße, ich hab die grad Ich hab grad Saplings weggeworfen, weil ich OP hab Warte, ich mach mal eben So, Nico Hier Ja Ich hab mich rausgeworfen wieder Hier hab ich mal eben zurückgeschiedst, weil Das ist halt wegen OP Und da Werde ich mich noch drum kümmern, dass das mal wieder nicht geht Ich glaub, du hast sie wieder eingesammelt Hä, na Ach doch So Ah Könnte dran liegen, dass ich zufällig, äh, Aura hab Und soll ich den Baum hier abbauen? Kannst du Oh, meine Spitzhack ist, äh, mein Ding ist kaputt Hier, hast du noch ne Axt? Ach nee, ich kann mir ja eine Cybercraft und eine aus Dias Wo bekomm ich jetzt nen Ender Paddle her? Äh, so lange wie ein Monster aus sind, gar nicht Ist ein Monster an? Nein Aus dem Maler an Kann ich gleich machen, wenn ich Bock hab So, ich Ich muss mal eben ein paar Sachen Nachmachen, ne neue Spitzhack kann ich gleich mal gebrauchen Und ich könnte gleich Ne neue Schaufel gebrauchen Und ein Schwert, oder? Ja Schaufel, und Also ich hab jetzt, äh, zwei grün und zwei blaue Sachen Sieht doch geil aus, oder? Aha So, mein Sortieren So Das kommt hierhin, das hierhin, das hierhin, das hierhin, das hierhin, das hierhin, die kommt, das hierhin, so Äh, wie viele Äpfel hast du? Äh, sieben Kannst, äh, hast du Hunger? Nein Könntest du ein paar MME tun? Ich hab grad Sauhunger Danke Das kommt davon, wenn man Sprint ist Und was ist, was es da als Belohnung für gibt? Difficulty 3 Ich muss nur ein Enderman finden Äh, aber du brauchst trotzdem Mace Rater und den Nether Star dafür Und den Nether Star bekommst du nur aus dem Nether Ja, den können wir ja schon bauen Ja, ich hab ja auch schon das Obsidian dafür Aber du hast mich ja noch nicht gefragt, ob ich das mach Machst du das? Bitte Kann ich vielleicht gleich machen, warte Also ich finde, diesen Mod da ist eigentlich nicht Ist doch ein Enderman Ist ja unter Wenn auch über das Skelett angezeigt, wo wir keine sind Nein, die Dann können ja auch unter oder über dir sein Ich glaub Da ist die Frage, soll man mit Damage in die Kälte das reinmachen? Nico Komma Hab ich dir schon gesagt, dass meine Green Saphir Spitzacke gleich schon kaputt ist? Oh, ich hab hier so einen richtig bösen Äh, Nico, die überfallen mich gleich, glaub ich Oh Ich weiß jetzt, wie die reinkommen Komm mal schnell zu mir Und helf mir Ja Finde ich richtig OP ausgerichtet Und ich hab ne Kartoffel bekommen Geil Töte mal kurz hier ein paar Viecher Wo? Hier, komm mal zu mir Bleib mal hier und töte die Tiere Ich hab einen Bogen, cool Ich muss noch ein paar Maskelette töten So, warte ich Ich hab hier nämlich grad den Einboden höher gesetzt, aber vergessen, das hier höher zu setzen Kannst du nicht ein Ender-Eye tauschen gegen irgendwas? Ne Äh, Nico? Ja Dank für deine Hilfe Ja Ich bin Ender-Männer, die laufen hier grad nugsrum Ja, leider kann ich keine spawnen Zwei Creeper gleichzeitig So, was hat er Explodiert, musst du's direkt füllen Oh shit Oh shit, sind alle in mir Ah War grad in mir Also ich mach hier doch ein Ding in Sauberlegged Nein, tut er nicht Doch, hat er Nein, hat er nicht Kannst du die Aufnahme nachher angucken Dann hat dein PC geleckt Das ist bei mir nämlich nicht der Fall gewesen Der leckt auf keinen Fall Die Monster lecken grad nur extrem strom Tun sie nicht, weil ich spiel grad mit Mehr als 30 FPS Ich spiel grad mit weit über 100 Ja, ich meine Und ich kann hier so rumrennen Bei mir klappt alles ohne hakeln Ja, aber die Creeper Sonst nichts Ne, das lag an der Version wahrscheinlich noch Alter, die Spinne mich Ich hab ne Minium-Scherbe Ich auch schon Äh, Shard of Minion meine ich Alter, da kam grad Kam grad die Viecher rüber plötzlich Mann, da haben die mich erschrocken Ich hab's nämlich nur gehört Und plötzlich kam's Also ich mach hier mal eben noch ein paar hin Damit ich Nur damit ich's hab Ich guck mal, ob ich ne Wüste ein paar fände Äh, könntest du diese Brennenden Dinger mitnehmen Verloren Staub, bitte Nico, eine Frage Sollte ich meinen Magnetismus ausmachen? Kannst Ich weiß nicht, dass in der Wüste Wenn's jemand zieht Nico, ich guck Was? Ich guck jede deine Aufnahme Zufällig nach Oh, geil Ich hab aktiven Zuschauer Kann es aussehen, dass wir jetzt nochmal Zwischenloch Nein Ich hab aber nicht mehr Sand Es sieht aus wie ne leichte Vertiefung Perfekt So, mach eben hier die Fackel weg Und die Fackel Kommt hier Die Mönchlichen Hirn aufzuspaw Ja Warum? Weil wir schon Uhrzeit haben Eins Zwei Drei Vier Fünf Aber ich würd' sagen Das ist jetzt die letzte Bis vorletzte Aufnahme Für heute Was? Ach komm Wir müssen doch nicht bis heute Nacht zocken Mann, ich bin vier Stunden weg, Junge Ist mir egal Ich hab ne Whisp gefunden Die greift mich an Komm mit dem Bogen her Nico, komm her Ich hab keine Pfeile Scheiße Die Whisp ist nämlich zu fähig Wegen meiner Zauberei in der Stadt Ist hier keine Und die töten dich fast instant Wo ist deine? Da hinten Die fliegt irgendwo hier rum Intensiert, hörte sie Das, was da rauskommt Brauch ich unbedingt Also, Nico Wie findest du denn mein Haus so? Aha Zurück, zurück Soll ich mal im Besten machen? Ich kann mir auch jetzt mal Ich hab richtig viel Wolle Äh, warte Ich hab genug Wolle Ich auch Und zwar Ach, schick Ich hab aber mehr Nico Ich hab mir aber jetzt schon Bett gebracht Okay Spacken Ich stelle ich, dass mein Haus Ist nicht fertig ist So Ich stelle das erstmal hinten Bei mir Im E-System hin Damit es in die Luft fliegt Wenn ein Creeper kommt Du kannst auch nicht leben Nein Loll, ich hab mich gerade übersteuert angehört Aber ich nicht übersteuert hab Ich kann meine Stimme Hey, warum es ist noch nacht, du dummwitz Ich kann meine Stimme besteuern lassen Ohne dass er über Mikro besteuert So Kommst du bei Oh man, ich wollte gerade Tag machen Mit Time-Set-Day Könntest du dir den Ring auch nochmal ausgeben? Ja, mach doch Na, hast du jetzt getan? Ey, krass Das ist das fässige Viech Nico, wie lange? Junge, Hexe Stirb Stirb, Hexe Stirb, Hexe Ja, dann halt nicht Äh, 17, 18 Gut Ja, ich geb dir Ich geb dir Du gibst mir Nein, ich geb dir Hexe Junge, die zieht den Scheißen alten mir ab Also Ich würd sagen Nächste Folge zaubern wir dann Wir haben erst 18, Junge Ich kill das Ding jetzt noch Ja, trotzdem Kann ich ja schon mal sagen Nächste Folge kill Oder? Oder hast du ein Problem da mit Kevin Justin? Wer ist Kevin Justin? Sag ich dir nach Ja, gib dir Also die aus meiner Klasse wissen jetzt, wen ich meinen Ich geb dir Du gibst es mir? Ja Hab ne Wispensens Junge, die zieht mir grad mal ein Haus Die brauch ich Oh, was will ich denn dafür? Nico Das will ich in der nächsten Folge bauen Aber Dann nicht Ja, mach mir ja nächste Folge Dann geb ich's dir in die nächste Folge Nö Unverhandelbar Ach, eine Frage Wie viel Schaden macht das? Schicks auf dein Kopfkissen Danke Guck mal Wie viel Schaden macht das? Eine Art Warte Komm mal her Sag Bescheid, wenn du nur noch ein Herz hast Du musst schon stehen bleiben, warte Ja Stopp So, was will ich denn? Es war ja mein Grundstück Du bist so dumm So, die Diaspitzhacke Du darfst mich eigentlich auch nicht mal töten Doch Ist mein Grundstück Auf dem Grundstück ist es erlaubt Du musst mir aber zurückgeben, weil es ein Test war Oh Ich hab dein Eisenswert Gib mir die Gehirne zurück Die komischen Gehirne da Genau die Wisch das auch noch hier? Ich hatte so was, das nennt sich Diamantspitzhacke Achso Dann hatte ich ja noch so als nimmer Brustpanzer Kriegst du nicht Nur als den hier, warte Den hier? Ich kenn dich gleich Ich hab das bessere Schwertz, das weißt du Ist das scheiße, ich bin außerhalb im Hof gestorben Ich war über der Grenze, als du mich totgeschlagen Entschuldigung Jetzt bist du ins Gefängnis die nächste Folge Nein, das war bei mir noch auf meinem Grundstück Komm Nein, das war über der Grenze Ich bin hier voll direkt auf dem Kies So, hier den Bogen, behalt dich mal Schmeiner Ich bin jetzt draußen hier Also ich, komm, töte mich Hier draußen Leider keine Pfeile Darfst du auch nicht Wenn ich auch mein Hof raus schieße So, das war's für die Aufnahme Tschau Tschüss